Borussia Mönchengladbach möchte seinen Kader verstärken und die jüngste Bewegung um Mohamed Dammer von der TSG Hoffenheim hat viele Erwartungen geweckt. Als leidenschaftlicher Fan frage ich mich, könnte das die Ergänzung sein, die wir brauchen, um in der Bundesliga einen Sprung nach vorne zu machen? Dammer ist ein junger Mann mit Erfahrung in der Meisterschaft und dies könnte eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein. Wenn man die Situation analysiert, wird deutlich, dass die Anwesenheit eines talentierten und vielversprechenden Spielers wie ihm den entscheidenden Unterschied in unserer Leistung ausmachen kann. Von Dammer können wir mehr Kreativität im Angriff und das Potenzial erwarten, gegnerische Verteidigungslinien zu durchbrechen. Das deckt sich perfekt mit unserem Bedürfnis nach einem Spieler, der neue Offensivoptionen mitbringt und, wer weiß, sogar unsere Chancen erhöht, um höhere Tabellenplätze zu kämpfen. Aber wie sieht es mit dem Druck aus? Was bedeutet das für das Team? Einerseits bringt die Ankunft neuer Spieler meist neue Begeisterung mit sich. Allerdings kann es auch zu internem Wettbewerb kommen, der, wenn er nicht gut gehandhabt wird, die Moral der Spieler beeinträchtigen kann. Glauben Sie, dass dies die beste Entscheidung war? Ich bin ehrlich gesagt hin- und hergerissen. Einerseits ist es immer schön zu sehen, dass der Verein in Talente investiert, aber wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass die Chemie zwischen den Spielern von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus müssen wir die finanziellen Auswirkungen dieser Verhandlungen berücksichtigen. Borussia muss die Balance zwischen Investition und Rendite wahren. Die Fans wollen Ergebnisse sehen und der Siegesdruck steigt nur noch. Wenn Dammer sich schnell anpasst und seinen Wert auf dem Spielfeld unter Beweis stellt, könnte dies für uns von entscheidender Bedeutung sein. Was aber, wenn es nicht funktioniert? Das sind die Risiken, die der Verein bereit sein muss, einzugehen. Und du, was denkst du? Ich möchte unten Ihre Meinung hören. Ich glaube, dass die Diskussion zwischen uns Fans unerlässlich ist, um besser zu verstehen, was bei unserer geliebten Borussia passiert. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu leaken, mit Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie keine wichtigen Updates verpassen. Und natürlich aktivieren Sie die Glocke, um alle Neuigkeiten zu erhalten. Hoffen wir gemeinsam, dass diese Entscheidungen Borussia Mönchengladbach zum Sieg führen.